Wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen in dieser Folge. Heute geht es um die Basics des PCU-Syndroms, des polizistischen Ovar-Syndroms. Viel Spaß dabei. Ungefähr 15% aller Frauen haben das polizistische Ovar-Syndrom. Andere Daten sagen sogar 12-20%. Es ist damit eine wahnsinnig häufige Erkrankung und die häufigste endokrine Erkrankung der Frau. Poly heißt immer vielzystisch, das sind die Zysten und Ovar ist der Eierstock, also viele Zysten-Ovar-Syndrom. So könnte man es übersetzen und auch heute ist es noch ein Diagnose-Kriterium, die Eierstöcke mit vielen kleinen Eibläschen drin. Komme ich aber gleich noch zu, denn das reicht nicht für die Diagnose. Ich habe es anfangs schon erwähnt, das PCU-Syndrom ist ganz hochkomplex. Es ist eine Stoffwechselstörung, das muss man festhalten, die sich hormonell auf den Körper der Frau auswirkt und auch psychisch auswirkt. Ganz oft untergegangen die psychische Komponente beim PCU-Syndrom. Auch das reißen wir heute als Basic einmal an. Als erstes müssen wir die Diagnostik lernen. Wann kann ich sagen, diese Frau hat ein PCU-Syndrom, ja oder nein? Es ist nämlich doch sehr häufig überdiagnostiziert und damit stigmatisiert man natürlich auch eine Frau, wenn man sagt, oh ja, ich glaube, sie haben das PCU-Syndrom. Dabei hat sie es vielleicht gar nicht. Als allererstes müssen wir die drei Kriterien festhalten, die es heute immer noch gibt. Das sind die sogenannten Rotterdam-Kriterien. Zwei von den dreien reichen aus, um die Diagnose zu sichern. Erstes Diagnose-Kriterium, die Oligo- oder Anovulationen bedeutet, ich habe pro Jahr gesehen wenig bis gar keine Eisprünge und dementsprechend auch wenig bis gar keine Periode pro Jahr. Wichtiger Punkt ist, andere Ursachen müssen natürlich ausgeschlossen werden. Wenn jemand zum Beispiel Leistungssportlerin ist oder eine Essstörung hat, eine Anorexie oder aber auch Medikamente einnimmt, kann es auch zu Oligo- und Anovulationen kommen. Wichtiger Punkt, ganz wichtiger Punkt. Junge Frauen und auch Frauen nahe der Menopause, also prämenopausale Frauen, haben physiologischerweise unregelmäßige Zyklen. Man sagt, Achtung, die ersten acht Jahre nach der ersten Blutung haben junge Frauen immer mal wieder unregelmäßige Zyklen bis hin zu Anovulationen. Dieses Kriterium muss dann also in ganz große Klammern gefasst werden. Wenn das aber alles wegfällt, dann ist schon mal ein Kriterium für das PCO-Syndrom. Zweitens ist der Hyperandrogenismus oder auch die Hyperandrogenämie. Das bedeutet bei dem Hyperandrogenismus, dass man klinisch, äußerlich oder bei der Hyperandrogenämie biochemisch im Blut sieht, dass die Frau ein zu viel an Androgenen hat. Und Androgene werden immer als männliche Hormone tituliert. Jede Frau und jeder Mann, by the way, hat männliche und weibliche Hormone. Ich nenne es jetzt einfach mal so, damit wir es verstehbar kriegen. Und dieses männliche-weibliche Hormon-Gleichgewicht ist eigentlich immer gut ausgeglichen. Wenn es aber ins Ungleichgewicht kommt, dann sieht man das auch ganz oft äußerlich. Bei der Frau zum Beispiel, wenn sie ein zu viel an den Androgenen hat, sieht man das sehr oft am Hirsutismus. Das wiederum ist eine vermehrte männliche Körperbehaarung. Typische Stellen wären zum Beispiel das Kinn, Bauchnabelrichtung, Symphüse, aber auch Akne und Alopezie, also der Haarausfall. Und zur Ausprägung des Hirsutismus, man kann also nicht einfach sagen, so Pi mal Daumen, sondern es gibt einen Score, den sogenannten Ferryman-Galway-Score. Der kann einen einschätzen lassen, wie ausgeprägter Hirsutismus überhaupt ist. Und auch die Alopezie kann per Ludwig-Score analysiert werden. Und drittens kommen wir endlich zum polycystischen Ovar, was dem Ganzen ja den Namen gegeben hat. Und da hat sich die Leitlinie jetzt auch ein Stück weit geändert. Denn mittlerweile reicht eine Seite, also ein Eierstock. Und der muss über 20 Eibläschen, also Follikel, aufweisen oder ein Volumen größer gleich 10 Milliliter aufweisen. Das kann man also per Ultraschall ausmessen, wie viel Milliliter ein Volumen eines Eierstocks ist. So, und wenn zwei von diesen drei Kriterien erfüllt sind und andere Ursachen, wie das androgenitale Syndrom oder ein androgene produzierender Tumor oder, ich habe es schon erwähnt, Medikamente, Gewicht etc. Wenn das alles ausgeschlossen ist, dann kann man diese Diagnose überhaupt erst stellen. Es ist also nicht hilfreich, wenn eine Frau drei, vier Pickel hat und ein bisschen unregelmäßig Zyklen zu sagen, ohne eine weitere Diagnostik zu machen, sie haben PCO-Syndrom. Nichtsdestotrotz ist das PCO-Syndrom eine relativ spät diagnostizierte Erkrankung. So, und die Problematiken, die Symptome haben wir jetzt auch schon so ein bisschen indirekt angerissen. Denn klar, wir haben wenig bis gar keine Eisprünge. Das heißt, die Fruchtbarkeit ist natürlich massivst eingeschränkt. Dazu kommt auch, dass man oft starke Blutungen hat. Wenn sie denn mal kommt, ist sie relativ stark. Man hat alle Problemchen, die mit einer Androgenisierung einhergehen. Ich habe es erwähnt, Pickel, vermehrte Behaarung, tiefere Stimme. Und jetzt kommen wir zu einem weiteren ganz wichtigen Symptom. Denn viele, die Mehrzahl der Patienten mit PCO sind übergewichtig, haben eine Adipositas. Und dazu noch ganz viele Stoffwechselstörungen, die damit einhergehen. Das sogenannte metabolische Syndrom. Heißt auch, man hat eine Gefahr für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Man hat eine definitive Gefahr für Diabetes mellitus. Man hat nämlich sehr oft eine Insulinresistenz beim PCO-Syndrom. Man hat eine Dyslipidemie, das heißt ein Ungleichgewicht der Blutfette. Und, was ein ganz wichtiger Faktor ist, man hat ein zwei- bis sechsfach erhöhtes Risiko für Gebärmutterkrebs. Es ist hochkomplex und ich würde es euch noch gerne erklären, wie es überhaupt zu diesem Androgenüberschuss kommt, was da überhaupt am Eierstock passiert, warum es auf einmal zu viele männliche Hormone gibt. Was die Adipositas da noch mit einherfließen lässt. Aber das ist ein Thema für eigentlich ein eigenes Video. Wenn ihr dieses Video hören wollt über die genauen Abläufe, die hormonellen beim PCO-Syndrom, schreibt es mir bitte, bitte in die Kommentare. Nur so kann ich sehen, dass es gewünscht und gewollt ist. Es ist nämlich schon, sagen wir mal, fortgeschrittenes Wissen. Jetzt kommen wir zum Thema Therapie. Viele wissen jetzt ungefähr, okay, das ist es, das und das könnte mir passieren. Wie therapiere ich jetzt das Ganze? Das ist nämlich nochmal ein ganz eigener Punkt für sich. Auch hier nur die abgespeckte Basic-Version, dass ihr es grob verstanden habt. Ich könnte darüber noch fünf Stunden durchreden über die Therapie beim PCO-Syndrom. Grundsätzlich muss man nämlich bei der Therapie zwei Patientengruppen, wenn man so möchte, unterscheiden. Die Patientin mit Kinderwunsch, die Patientin ohne Kinderwunsch. Und die Therapie für beide Gruppen, und das ist als Banner obendrüber, nachweislich erwiesen, studienbasiert, ist die Lifestyle-Optimierung. Und das klingt immer, wenn ich mit einer Patientin rede, so banal. Ja, sie müssen mehr Sport machen und sie müssen ihre Ernährung umstellen. Das sagt man irgendwie bei jedem Pieps und bei jedem Leiden. Aber hier stimmt es tatsächlich. Man hat gesehen, dass vor allen Dingen bei adipösen Menschen eine Gewichtsreduktion von 5 bis 10 Prozent innerhalb von sechs Monaten eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit hat, dass der Zyklus sich wieder von alleine reguliert. Und 150 Minuten pro Woche Sport oder Bewegung unterstützt das Ganze noch. Und auch bei den schlanken PCO-Patientinnen kann es hilfreich sein, den Lifestyle, die eigene Ernährung doch nochmal umzustellen. Wie die Zusammenhänge sind, wie gesagt, das müsste ich euch in einem eigenen Video nochmal hormonell darlegen. Dann die Therapie bei Patienten ohne Kinderwunsch. Auch hier, Therapie wirklich nur als Basic, muss ich euch nochmal, wenn ihr es möchtet, im Detail erklären. Sieht so aus, dass wenn der Lifestyle nichts bringt, tatsächlich, also man versucht erstmal Lifestyle-Optimierung, sechs Monate später, wenn es gar nichts bringt, versucht man natürlich die Androgenisierungserscheinungen irgendwie in den Griff zu bekommen. Und jetzt, das monieren viele junge Frauen, sagen ja immer viele Gynäkologinnen, Gynäkologen, nehmen sie mal die Pille. Und man fühlt sich dann immer so ein bisschen in die Schublade gesteckt oder abgetan. Aber tatsächlich ist es sinnvoll, eine Pille, die Anti-Androgen wirkt, also entgegen der Vermännlichung wirkt, zu nehmen. Erstens auch, um das Risiko für diesen Gebärmutterkrebs zu senken. Und auf der anderen Seite, um eben die hormonelle Balance, wenn auch künstlich, erstmal wieder herzustellen. Man kann dann später einen Auslassversuch machen, um zu schauen, rutscht das Ganze wieder in die falsche Richtung oder aber bleibt es da. Wenn jemand also sagt, hier nehmen Sie mal die Pille und wird alles gut beim PCO-Syndrom, dürfte man hinterfragen, was für eine Pille kriege ich da? Ist die Anti-Androgen? Aber es ist grundsätzlich der richtige Gedanke. Klar, gegen den Haarausfall gibt es zum Beispiel Efflorinitin-haltige Cremes. Bei der Akne gibt es Vitamin-A-Säure, Benzylperoxid-Cremes oder sogar Therapie mit UVB-Strahlung. Also da ist auch die Hautärztin, der Hautarzt ein Faktor, wobei es da natürlich dann um den kosmetischen, aber auch sehr wichtigen Aspekt geht. So, die Frau mit Kinderwunsch. Da möchte man ja diese kleinen Eibläschen, die ja da sind, die einfach nur in einem Freeze-Zustand sind, anregen, ankurbeln, um wieder ranzureifen. Und das geht auch medikamentös, indem man heutzutage Firstline Letrozol nimmt. Das ist ein Medikament, was zum Beispiel auch bei einer Brustkrebspatientin eingesetzt wird. Oder aber auch das gute alte Clomiphene, das kennen viele noch, ist aber mittlerweile Secondline. Und dann kommt Plus-Minus-Medformin. Das kommt auch ein bisschen darauf an, bist du adipös oder hast du eine Insulinresistenz, die festgestellt wurde per Zuckertest. Dann kann man Medformin auch dazunehmen, um eben diese Insulinresistenz ein Stück weit aufzuheben, um den Zuckerstoffwechsel besser einzustellen. Und Letrozol und Clomiphene sind quasi dafür da, auf der hormonellen Achse dafür zu sorgen, dass die Eibläschen wieder heranreifen. Und vielleicht auch von alleine zum Eisprung führen oder auch künstlich ausgelöst zum Eisprung führen, sodass man schwanger werden kann als Paar. Insulinresistenz, die richtige Ernährungsweise, was sollte ich zu mir nehmen, sollte ich auch supplementieren, also Nahrungsergänzung zu mir nehmen, ja, nein. Was hat es jetzt mit Medformin so richtig auf sich, was passiert hormonell, was kann ich noch tun, ganzheitlich betrachtet. Ich weiß, es gibt sehr viele offene Fragen, sehr viele Fragezeichen noch auf deiner Stirn. Wenn dich ein Thema explizit interessiert, schreib es mir bitte in die Kommentare, denn nur so kann ich es dann in Ruhe abarbeiten. Ich hoffe, ich konnte trotzdem grob einen Eindruck schaffen und ihr wisst jetzt ein bisschen was zum PCO-Syndrom im Allgemeinen. Tschüss! Tschüss!